So, andere von Hydro, andere von Feuer. Ah, nass, nass brauchen wir nicht. Warte, ähm, noch Hydro kann man noch... Nein, 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 kann Hydro. Weil ich kann mit meinem Moda Eis machen, also Wasser machen. Mein Wasser, Wasser kann ich hier noch weiter. Ja, okay, aber haben wir Wasser überhaupt da irgendwo? Ja, wir haben irgendwas gebraucht. Ne, ich musste doch Wasser wieder abbauen. Guck, wir haben nirgendwo Wasser. Hast du, wir haben nirgendwo Wasser? Nirgendwo. Dann können wir gleich Wasser bauen. Dann nimm ein Feuer weg. Hier, das hier. Weil Blitz haben wir ja versteckt um 50%. Warte, ich weg machen. Dann kann ich schon mal Wasser mit meinem Moda machen. Dann im doppelten Monat Wasser. Los geht's. Und hier nicht? Hier Eis weg und Wasser rein? Eis, Blitz, schon wieder kommen. Ja, ich weiß. Oder Eis und... Aber Eis macht auch gegener langsamer. Na gut, dann lassen wir so. Warte, to Wumble. Boah, was für Fischer jetzt kommen, ey. Warte, warte, links kommt. Ähm, Wasser geht rein. Okay, wir haben ja Eis und Feuer. Das ist schon mal gut. Paul, du musst mit Ganyu nach rechts und nach links. Ganyu nach links. Okay. Bu birer Interaktion, bei einem nicht. Warte. Ja du musst. Wir sind nach der Zwischenzeit. Kein Bezug! Ich bin der Fall. Niemals. Ah, ich bin schon nicht so richtig. Perfekt Boah, kommen wir immer noch Hier Zwei 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 Vielen Sie Zwei Bei Wir Zwei Was ist das für ein schönes Wasser, damit die Durchschaftersinnung mehr dämlich Schön sein Auge getroffen 4 von 10 Feuer macht 2 Schüsse, das ist sehr gut Ja, nimmt sich Achja Jetzt kommen die grüne Jäger, die werden schnell sein Und Eisdixer Bei Eisdixern bloß kein Ganyu, wo sie direkt gehen Da oben sind die Oh hier, guck doch, tschüss, was ist denn hier los? Oh, ich hab' die Koffe Ich hab' die Koffe Ich hab' die Koffe Ich hab' die Koffe Was? Ich hab' die Koffe Ich hab' die Koffe Schreck Feuer riecht, da ist noch Feuer riecht Oah faza Ja fröhnt, der ist noch draufgegangen Oh, ich hab' die schönseine Rücken geschossen Oder so schlimm, dass sie mit seinem Eispein treffen Weißt du, Eis erleogen Wo schnell die sind Ja, das nehmen wir so schnell fest. Auch wenn du das Feuer kippst. Gut das Feuer aimert, auch wenn du keinen aimert. Hammer. Wie schnell die sind, ey. Sie sehen gar nichts. Wie viele Gegner jetzt auf einmal. Warte mal, hier stehen, ey. Hey, der haut ab. Nein. Hey, bitte mal. Der haut ab, der haut ab. Nein. Hab ich doch. Nein, der ist gar nicht eingefahren, nur am Ende. Ich war einmal daneben gezählt. Du, alter. Neer ist das. Ich hab noch nicht gewonnen. Wie geht es? Die Schmerzen sind nicht gewonnen. Wie geht es? Du, der hier ist nicht gewonnen. Ja, ich bin nicht gewonnen. Wir sind nicht gewonnen. Ich bin nicht gewonnen. Das ist das. Was für eine Runde ey! Er hat keinen Bock mehr auf die Runde, aber er hat ja schon gekonnt. Mein Gott, noch sechs von denen. We're way behind schedule. Noch drei von der anderen Seite. Mein Gott. Menschlich. Ja, ja. Jetzt kommen Eismarger wieder. Das heißt, sie müssen hier. Aufpassen müssen wir. Lassen Sie sich abbauen und die mache ich Feuerwehr. Mach go. Und hier? Blitz oder was? Blitz? Ja, Wind. Oder Wind. Ja, ich mache Wind. Aber Wind machen wir auch ständig. Mach direkt hoch. Ach nein, mein Wind ist doch nur auf 7. Hält's auf, hält's auf, mach go. Sicher? Also mache ich Verkauf wieder. Ja, ist besser. Abbauen. Bitteschön. Ja, da rennen schon die Affen. Ach, hier müssen wir aufpassen. Natürlich. Boah! Boah, wie fühlt der aus? Der Feuer ist schuldig. Warte, halt ihn, halt ihn da, halt ihn da. Vorher hat Ponyos keinen guten Aimwaste, nirgends. Hm. Warte, ich warte noch so. Paul, verkauf den Feuer hier. Die? Ja, verkauf den. Abbauen hab ich. Oh, eine Blattpauung, eine Blattpauung. Der Feuer muss die sein. Da kann er Ponyos beide treffen, weil ich sie beide entdecken. Ja, ja, ja. Das ist schön. Bam. So muss das abgehen. Was ist das? Was ist das? So muss ich dir jetzt sagen, was ichrique. Ich bin der Wasserfülle von. Das ist einer, was ich rufe für dich, den wir erben? Oh, es ist das? Noch vier. We're way behind schedule. I don't know. Angriffs速度. 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 10% If you lie on the ground, you can get a heartbeat of the ground. Angriffs速度. You can help. We're going to get a bit of 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 help. Links spritten die und rechts. Überall spritten die. Pass auf. Oh, Junge. Ich bin runtergefallen. Hast du Dings gedrückt? Ja, natürlich. Darf ich durchkommen? Alter. Ich muss mal. Schöscher. Wieso musst du ihn nicht aufhalten? Ich muss nicht aufhalten. 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 In der Mitte musst du alle treffen. Weißt du? Alter, wie ungefähr. Ach, drei Stück sind ein bisschen durchgekommen. Ach, das geht aber. Die zwei sind durchgekommen. Gerade jetzt sind zwei durchgelaufen. Boah. Aber es ist viel mehr gewesen, als ich dieses Ding gespürzt. Na, das ist auch schrott. Nicht. Also, wir müssen die Wertschöße, die wir jetzt haben. Ja, man wird nicht schnell anregen. Ich würde auch dieser machen, dass wir mehr Blitzstimmig haben. Aber dieses Ungewiss ist wohl wichtig, weil ich so vielleicht... Ich würde das nicht mit angreifen. Ich würde das nicht mit angreifen. Ich würde mich nicht aufgenommen. Ich würde mich nicht aufhalten. Aber in der Mitte kommen wir nicht, oder? Wir beide gleich. Wir haben zwei in der Mitte. Ja. Wir haben drei in die Mitte. Also, wir werden sich mit angreifen. Wir nehmen einen Pfeil in der Mitte. Dann löst du die B孩 auf und alles möglich. Boah! 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 Aber ich bin nicht mehr, wenn sie sich dann nicht sehen! Ja! Oh! Boah! 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 Ich kann das nicht mehr so lange sein. Warum kriegen wir nicht dieses eine Ding sein, der Upgrade, wo wir den 15. Turm bauen. Ja, das tut ja Alter, ich mach einen. Oh, das ist angenehm heute Aber das ist angenehm heute der weg muss weg wer muss weg? doch mach Blitz oder Feuer wenn der eine Blitzkopf kommt, dann ist das nicht gut guck mal, der kommt auch Ruinkoloss du haben wie nur eins, weißt du aber dann machst du so mal extra damage mach Gold 20 Stück 2 Colors kommen von der Mitte und Eid ist da jetzt bin ich mal gespannt rein gehen auf die Fördkopf links, links, links rein, 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 rein scheiße nein, hat's geschafft dieser Hund ich guck da wo Eis ist, ne ist es nicht besser, Dings zu machen Feuer ich guck da wo Eis ist, ne ist es nicht besser, Dings zu machen ja, obwohl ich hab sein aber Feuer ist noch sehr gut weil Feuer tritt auch von hier aus und ein Blitz macht Käpt'n gehalten, weißt du mhm Überladungen ohne Schlag Feuer kann leicht verfehlen, weißt du die Blitz tritt nur so pro Kett ja, nix sowieso das heißt, du musst es schaffen allein zu geben und ich hab nicht allein zu geben wenn du sagst, ey, ich treffe irgendwie so alle dann sagst du, okay, das ist okay 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 ich freue mich scheiße Marco muss ich schnell die mensch sprechen umstellen Marco hier ist keine pisse pass auf links und rechts in die stelle aha jetzt kommen die brauche viele was zu stellen machen noch Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so gut bin, dass ich nicht so gut bin, dass ich nicht so gut bin. hier rechte seite kommen jawohl jetzt haben wir keinen schutzschritt mehr sehr gut das meiste alter das war jetzt die neuen kasse jetzt die letzte angriff glaube ich ich weiß nicht mal gespannt jetzt kommt kompletten gegner kommen jetzt den einen schocken wir haben hier hier haben wir ein blitz haben wir sind feuer oder wind oder wind oder wind in der mitte aber guck mal guck mal der feuer der kann nicht hier rüber ballern oder ja da kann von hier ballern und von hier hinten hier kann auch ballern und das sind diese riesen gegner weißt du die kammer ja ja ich falle von hier oben wenn ich stehe ok los geht machen wir die größten Luft rein okay ready to rumble es sind 52 gegner tschüss boah mittelsprinten mittelsprinten einvrien einvrien bin dabei bro ich kann sprinten nicht in der wilde die kommen wieder die kommen wieder Eis ist unterwegs die das ist eine riese die kommen wieder schaffen die nicht einvrien die laufen wieder die laufen wieder hier vorne aber die sind nicht schneller weil unsere türen müssen aufgeladen die ganze zeit let's kassim die krass alter ohne spaß wir hätten sogar geschafft dass keiner durchkommt wir hätten es wirklich geschafft ach scheiße vier stück einer rennt einer rennt einer rennt k.o. ist übrigens blitzgeist blitze von das prozent ist sehr wichtig wir nehmen die zwar nicht so hoch aber da sind wir gleich sieben gegner sechs einer kommt von hier ok das sind jetzt die langsamen gegner so das heißt ja wir müssen slow motion gegner das heißt wir können den wasser hier verkaufen abbauen nach blitz oder hier noch ein hier zu bauen oder feuer woher drei kugeln feuer hast du gesehen aber der david ist nicht hoch siehst du da bei der wird es hoch weil der halt wenn wir ihn auf eis machen wenn du ihn auf eis gibst hat der trofene david der letzte kommt jetzt oben links oben links oben links schön boah 1290 ich meine belohnung dafür ja